ja hier ist christian schenmaier partherapeut und beziehungscoach in hamburg ja wir haben heute eine mail die nerven kostet so ein bisschen ja geht es um das thema wieso verlässt mir meine mich plötzlich nach so vielen jahren hallo christian erstmal hallo und danke für deine zeit bin mit meiner jetzigen ex-frau ja vor vielen jahren zusammengekommen mir war sehr jung ich wollte eigentlich nur im ersten moment gar nichts von ihr doch sie hat mich wochenlang belagert bis ich sie gedatet habe ja vorsicht immer bei leuten die so total pushy sind beim daten also egal welches geschlecht kein gutes zeichen heißt auch nicht dass sie einen so lieben oder so das habe ich jetzt so oft gehört wirklich wirklich nicht so gut sie war sehr forscht hat mich massiv umworben was mir natürlich auch gefallen hat nach dem ersten sex ausnahmlich geschehen dann sind wir nach einem halben jahr zusammengezogen dann begannen die probleme sie war extrem unordentlich und eifersüchtig was immer wieder zu streit führte wenn jemand ohne dass man eben grund dafür gibt permanent eifersüchtig ist auch echt red flag das man denkt immer man wird das dann so los aber man wird es irgendwie nicht los und außerdem wenn jemand so extrem eifersüchtig ist dann muss man sich mal fragen was für ein denksystem ist dahinter weil häufig ja also wenn ich zum beispiel von ich von mir denke ja ich könnte schon im zweifersfall fremd gehen dann denke ich das machen andere auch und der andere macht es aber vielleicht gar nicht aber das hoffe ich nicht so gutes zeichen so ich verlor meinen kompletten freundeskreis ja natürlich nicht gut kann man jetzt auch nicht ihr ankreiden aber das weißt du wahrscheinlich das ist sachen die man lernt im leben auch das verhältnis zu meinen eltern wurde immer schlechter da sie mit meiner partner war nicht einverstanden waren ja eltern und freunde wissen häufig warum sie sagen was sie sagen aber ja das ist wie auch da man muss sein eigenes leben leben und ja ist wie es ist so seine eigenen erfahrungen machen kann ja auch nicht immer machen was die eltern sagen und dann wurde sie ziemlich krank ich gehe trotzdem immer zu ihr und versuchte sie auch immer möglich zu entlasten so es kommt wieder schwere kindheit bei ihr dann habt ihr ein kind bekommen dann hatte sie noch weitere gesundheitliche probleme wir reisten viel kauften ein haus und ja habt auch noch so andere sachen gemacht so jetzt ist euer kind ein bisschen größer geworden sie arbeitet noch ein bisschen und kümmert sich ansonsten um kind und haushalt während ich in vollzeit beschäftigt bin sie hatte immer große probleme mit ihrem äußeren hat sich deshalb diverse ja krasse ops unterzogen spricht ja nicht unbedingt für so dass sie jetzt keine psychischen baustellen hätte was wir bisher so gehört haben sag ich mal so ganz allgemein nach diesen geschichten merkte ich dass sie mich immer mehr kritisierte und auch mehr mit anderen männern flirtete was dann öfters zu streit führte ja auch das ist natürlich nicht gut sie gab ungehemmt geld aus für kleider und kosmetik produkte auf gut deutsch sie schmisst geld zum fenster aus das hört sich so ein bisschen an wie also aufgrund dessen dass sie ja schon so lange zusammen seid und dass du sagst ähm ich glaube du schreibst am anfang ja irgendwo auch am anfang hattet ihr eigentlich eine gute zeit das habe ich jetzt glaube ich gar nicht vorgelesen ähm ja also deiner an sich nach eine erfüllte beziehung genau also das ist wie so ein midlife crisis ne also ich weiß es nicht man denkt das immer so eher bei männern aber es gibt es bei frauen natürlich auch äh es ist plötzlich aussehen marktwert wie stehe ich da äh so ein thema wird aber das ist natürlich schon sehr ähm heftig hier ne also schon forsch vorgetragen von ihr sag ich mal so äh auch da ist sie forsch ne äh ich sprach sie achso dann ähm war sie nochmal im urlaub hat sie immer mehr distanziert und der sex bewegte sich gegen null ja wenn das so nach x jahren passiert sehr plötzlich ist ja meistens jemand anders im spiel ne soll ja hervorkommen ähm so ich sprach sie dann äh vor etwa einem halben jahr drauf an was los sei und ob sie einen anderen habe so sie verneinte dies aber in ihren augen sah ich dass sie log äh dann ging ich irgendwann später von der arbeit mal früher nach hause ohne dies zu sagen ich stellte sie zur rede und bat mir ihr das handy auszuhändigen damit ich ihren social media verlauf sehen könnte das ist übrigens eine sehr gute art das anzugehen ähm zeig mir nochmal dein handy das ist ähm ist kein grenzüberschritt und ähm man kriegt eine antwort ne selbst wenn man die antwort richtig immer jetzt hier bekommt dass sie das nämlich verweigert hat ja warum wohl also als sie dies verweigerte forderte ich sie auf sie immer die wahrheit zu sagen was sie dann auch tat sie gab zu in einen anderen mann verliebt zu sein den sie anscheinend ein paar wochen vorher äh kennengelernt hatte ja das ist immer die frage also äh war das jetzt ein paar wochen vorher ich meine wenn mir erstmal einmal jemanden beim lügen erwischt hat das ist natürlich immer scheiße irgendwie ne dann fragt man sich ja was stimmt überhaupt irgendwie und ähm jetzt wissen wir natürlich nicht war das ein paar wochen war das ein paar monate und dann auch diese ganzen veränderungen bei ihr ich weiß es nicht ne äh fakt ist dass sie fremd geht und nicht loyal ist ja so ne ähm so ähm er würde ihr so viel komplimente machen und sagen sie wäre seine Traumfrau ja das hört sich jetzt natürlich so blöde an aber tatsächlich äh bei diesen midlife crisis verliebtheiten wenn man schon ewig in einer beziehung war und das gefällt dann aus irgendwelchen gründen nicht mehr und dann kommt jemand äh kann man ja auch die kann man sich sehr heftig verlieben so äh einen tag später zog sie direkt aus zu ihm ja das ist natürlich echt kacke ey so mein kind lebt seitdem bei mir und hat auch keinen kontakt mehr zu ihr ne das ist jetzt echt ungewöhnlich also ich will es jetzt gar nicht bewerten weil männer machen sowas natürlich auch aber das ist natürlich echt einfach statistisch sehr ungewöhnlich wenn es eine frau macht und ähm spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür dass es so keine baustellen gibt bei ihr da aber ganz ehrlich was da jetzt genau mit ihr ist kann ich dir auch nicht sagen weil es echt ungewöhnlich ist ne äh sie hat direkt nach dem auszug auf social media kanälen gepostet wie glücklich sie sei mit bildern von sich und ihrem neuen ja das wolltest du dich alles gar nicht angucken ne das hat mir unwahrscheinlich weh getan sie ist seitdem manipulativ beleidigt unterstellt mir sachen die ich nicht gemacht habe naja das ist hört sich nicht gut an also hört sich so an dass du da ein bisschen support brauchst und äh können ja wieder die zu anderen zuhörern gerne vorschläge machen welchen support aber da würde ich glaube ich schon mal gucken sich auch ein bisschen rechtlichen rat zu holen für alle fälle keine ahnung ähm und sicherlich brauchst du selber auf vor Ort auch jemanden mit dem du mal reden kannst ne weiß ich nicht ob du mal eine therapie machst oder eine beratungsstelle ähm weil äh das ist ja schon echt echt ne ganz schön heftige situation für dich ne äh das hat mir das herz rausgerissen als hier gegangen ist äh und für mein kind war es natürlich auch nicht toll ja also kinder themen mache ich ja nicht über youtube das müssen wir erstmal außen vor lassen natürlich ist das nicht schön ähm so äh wie kann ein mensch so sein wie geht sowas ja das fragen sich sicherlich hunderte tausende menschen die meine videos groß machen und einen kalten äh äh partner hatten oder jemand wie hier was jetzt hier ungewöhnlich ist muss ich sagen äh weil wenn jemand so kalte seiten zeigt dann hat er sie eigentlich schon immer irgendwo gezeichnet wollte es noch nicht wahrhaben das kann ich aus der mail jetzt aber hier nicht rauslesen das müsstest du für dich mal prüfen ist das so wie sie ist ich meine machen kannst du jetzt sowieso nichts jetzt will sie mit dem anderen zusammen sein da sag ich ja immer nicht hinterherlaufen und halt deine spielfläche sauber mach keinen quatsch irgendwie weiß ich nicht so drängelt oder irgendwie sowas und sag einfach ja ich was auch immer jetzt dein impuls wär melde dich wenn du eine andere meinung hast und in der zwischenzeit musst du dir nicht überlegen ob du sie überhaupt zurück haben willst das ist ja weil das sind ja schon krasse sachen die du ja anmerkst ne weiß nicht ob das so dein also so blöd deine situation jetzt auch ist und so selbst vermisst ob das so deinen standards und deal breakern was beziehungen angeht entspricht das musst du für dich prüfen ne und wie ein mensch so sein kann ja wie gesagt das fragen sich ganz viele hier verstehe ich total die frage also menschen verhalten sich manchmal auch weisender weiß man ja das kann man nicht verstehen weil man ein anderes gehirn hat ne also es ist dann als wenn weiß ich nicht ein leopard verstehen will warum ein pferd gras ist also was willst du machen ne und dieses versuch jemand zu verstehen der auf eine ganz andere weise handelt und denkt das macht einen total buschig ne weil das ist auch ein großer teil von Liebessucht an jemand festhängen hängen bleiben weil weiß nicht wenn du Gehirn hast mit einem Schlitzschraubenzieher und du hast aber eine Kreuzschraube oder eine Torxschraube es passt nicht das kriegst du nicht aufgeschraubt ne also vor allem wenn du dir der andere nicht sagt was da jetzt genau ist und ich muss aber auch zugeben dass ich es jetzt ungewöhnlich finde und ich dir auch ehrlich gesagt nicht genau sagen kann kann die auch nicht also wenn die wirklich vorher so anders war muss ich sagen weiß ich auch nicht ne aber zeigt ja jetzt nicht unbedingt so ähm die beziehungstauglichsten seiten ja ne und wenn jemand gehen will er darf sie darf natürlich gehen sie muss nicht bleiben so ne und wie gesagt mit dem Kind das muss man mal außen vor lassen das möchte ich nicht in Videos hier so ähm behandeln also ja aber was willst du machen ne jetzt habe ich eine wirklich tolle und liebe Frau kennengelernt merke aber immer wieder dass ich nichts mehr fühlen kann und schieb sie immer wieder weg und halte sie auf Abstand und ja wenn du natürlich noch so beschäftigt wirst du mit der alten natürlich eine neue keine Chance ne das muss man echt da musst du echt noch an Liebeskummer ran mehr auf Modul 0 Modul 1 2 könnte was für dich sein aber wie gesagt wäre auch sicherlich gut mit jemanden vor Ort mal zu reden ähm aber ja wenn wir jetzt mal dein Kind mal ausblenden da fragt man sich natürlich schon ist das eine Frau mit der du hättest weiter zusammen bleiben wollen da müsstest du bei allen Verlustängsten vielleicht mal drüber nachdenken ne ähm was jetzt nicht heißt dass sie dass du jetzt mit der neuen was also aber wie gesagt solange du dann noch so festhängst hat eine neue wirklich fast keine Chance ne deswegen da musst du ran ne an diesen Liebeskummer und mal gucken was davon ist wirklich Fantasie Abhängigkeit deine Angst vor alleine sein und was ist wirklich von deiner Seite noch Liebe ja ne das wäre die Frage stellst du sie nicht auf ein Mini-Podest oder ich kann mal in dem Fall gar nichts sagen aber weiß schon was ich meine ich weiß dass ich hier sehr weh tue und kann aber irgendwie keine Bindung aufbauen also auf jeden Fall solltest du sehr ehrlich sein zu der neuen solltest exakt sagen welcher Situation du bist äh du sollst nicht den gleichen Fehler machen wie deine Frau dass du jetzt nicht sagst was mit dir ist also red mit der neuen und sag auch ähm genau wird genau sagen was du mir jetzt sagst ne also dass damit du eben nicht weh tust ne du sagst Mensch ich glaub ich bin gar nicht offen ich weiß nicht was ich machen soll ähm also versuch jetzt nicht nur damit du nicht allein bist äh diese Frau jetzt irgendwie zu nutzen sag ich mal ne dann wird sie natürlich wirklich weh tun hab Angst wieder verletzt zu werden ist ja total verständlich nach der Geschichte aber das sind ja alles Sachen die du wenn da wenn du ne Basis bilden willst zu der neuen Frau dann solltest du das natürlich mit ihr besprechen so ne äh weiß nicht was ich machen soll denke fast täglich meine Ex und versuche zu verstehen warum ja auf jeden Fall solltest du da Support holen vor Ort denke ich ähm ähm auch da werden bestimmt viele Leute was drunter schreiben also man kann ja auch ähm versuchen über Terminvermittlungsstellen von einer äh KV ist das glaube ich über Krankenkassen da vielleicht schneller einen Termin zu kriegen für eine Therapie oder Beratung stellen könnte ich mir auch gut vorstellen irgendwie Familienberatung stellen ähm aber nochmal willst du dich wirklich wieder haben also und und gegen Liebeskummer kann man was machen ne es gibt ja auch viele Videos hier von mir und äh andere Dinge also ist halt äh hat ja dann doch ein also klar wenn du da jeden Tag von morgens bis abends über sie denkst lädst du dieses Thema immer mehr auf ne und vielleicht wäre es besser nach vorne zu gucken ne und nicht immer wieder nach hinten so blöd das auch ist nach so einer langen Beziehung das ist natürlich Schlag in die Magengrube aber da bist du mit fertig da müssen viele mit fertig werden und du schaffst das auch garantiert ähm wie kann der Mensch so gefühlsgalt und berechnet sein ja könnte ich dir auch nicht sagen denke immer an die Torx Schrauben und den Schlitz Schraubenzieher man kann manche Sachen einfach nicht verstehen manche sind und es gibt halt wir leben in der Polarität es gibt hell es gibt dunkel es gibt nett es gibt nicht nett es gibt gut es gibt böse es gibt äh und das ist hier so und und jeder ähm weiß ich nicht macht hier was er macht und natürlich muss man die Konsequenzen dann tragen ähm aber ehrlich gesagt das muss ich jetzt sagen würde mich jetzt auch überfordern zu wissen warum deine Frau sich jetzt genau so verhält ich weiß es nicht vielleicht gibt es irgendwas was man nicht weiß ich habe keine Ahnung ja ähm so und weil man weil es so ungewöhnlich ist ist es natürlich auch besonders schwer zu was verstehen kannst du glaube ich sowieso nicht du könntest es nur akzeptieren aber selbst das ist natürlich total schwierig ähm und sie sagt dir ja scheinbar gibt dir ja scheinbar Infos nicht und weiß nicht vielleicht kannst du mit Freunden reden die sie kennen vielleicht gibt es da nochmal was aber irgendwo guckt nach vorne ne reicht so ähm in diesem Sinne wir werden uns mal wiedersehen